Fulmin Was? Ach, der Zweck steht vor mir, okay, kein Wunder Ich hab mich nicht gesehen, der war so klein Das Leben Die haben doch sehr unterschiedliche Lebenszahlen, hm? Öp, kein Bogen mehr? Hat man nicht umgerüstet, du armes Kind? Na, was soll's, komm Au! Oh, das hat irgendeiner von mir gerade ordentlich Schaden genommen Wobei, nee, doch nicht Oder einer mit vielen Leben hat Schaden genommen, denn Viel ist nicht passiert, da passt mal auf Es ist ja jetzt, ähm, nee Gehen wir erstmal in den Guckenmodus Ich fang aber damit an, Wunden zu heilen, denn Schaden kann es nicht Und das kann ich ja immer nur so und so oft machen Also einmal genau genommen Bevor dann er sagt, ich bruch mir mehr Zeit zum bla 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 Dann mach ich lieber früh Damit ich, ehrlich nach hier, ein bisschen rumlaufe Das nochmal machen kann, hoffentlich Oh, sieht schön aus Das Ganze ohne irgendwas An Magie zu schwenden So, ihr müsst auch noch heilen, das macht Samira Und das war ich ganz gut, hab ich gerade vergessen 260, ach so viel noch bei jeder Fresse Aber egal, äh, Samira Heilen Ferion Gibt das AP? Nein, schade Wäre ja auch zu leicht, ne 38 noch Ja Langsam ernährt sich das Eichnöchen Aber es ist, es wird, es wird, es wird Alles gut So Das ist auch nichts Auch nichts Spannende Gegend hier Hammer, spannend Achso, es war ja im Kampf Aber ich fiel gerade auf War es ja ein riesiger, luftlehrer Raum quasi gewesen Und Das Kampfgebiet gibt ja eigentlich die Karte doch In der man, also den Bereich, in dem gerade ist Relativ genau tatsächlich wieder Also nämlich, an der ist auch weiter nichts Ne Ja, guck mal, genau das war irgendwie die Kampfnab gewesen Wir haben hier gekämpft, da war alles frei Ja, das meine ich doch Okay Dann wollen wir mal weiter Oh, eine Tür Also Wenn du überhaupt, dann ist Taya Im Bereich des Möglichen Für einen Relativ nahes Level Up Der Rest scheinbar Gar nicht Was ich komisch finde, denn So ein massiver Unterschied Von ihr zu den anderen Den hätte ich mir in Schicksalsklinge erklären können Wo ihr das Schlossknacken immer AP gegeben habt Das ist ja hier irgendwie nicht der Fall Warum auch immer Aber in Schicksalsklinge war es eben so Und wie gesagt Deswegen weiß ich nicht genau Wieso das jetzt hier Mit dir so ein hohes Abstand ist Aber naja Oh Ach, hier war ich noch schon drin gewesen, oder? Ich bin gerade zurück Na ja, toll Hat er nicht gemerkt Ja Ja, der sei, könnte es noch so ein Raum so ähnlich aussehen Jetzt muss ich nach rechts Ja Wobei, nee Hier links ist Eventuell was Oh, oder auch nicht Dann bin ich ein bisschen im Kreis gelaufen hier Schön Sehr schön So, rechts lang Oder? Äh, ihr steht in einem großen Raum Der offensichtlich als Schmiede dient Das ist schön Kann ich hier was schmieden hier? Hm Sieht nicht aus wie ein großer Raum Aber ist okay Ihr bangt von Räumen Aber hier ist eine Tür Also Aufmachen Überraschung Aua Einer hat zwei Orks Naja Soll vorkommen Ja, ich habe keinen Schaden bei mir Das ist alles in Ordnung Aha Und noch eine Tür Oh Ihr steht in einem kleinen Raum In dem offensichtlich Materialien für die Schmiede gelagert werden Holz, Holzkohle und mehrere Barren, Roheisen So recht von Interesse ist davon allerdings nichts Hm Machen wir trotzdem, klar Ihr findet nichts Ja, das, ähm, schön Eine sinnlose Aktion Also Robe, Wintermatter, Schimmelung Weinflaschen Kupferschlüssel Schlüssel nehme ich mit Denn wer weiß Mal ganz gut gucken, wenn ihr das bekommen habt von mir Bestimmt Oh War schon jetzt voll überall Durin mit den Schlüsseln Okay Okay, okay, okay Das ist ja völlig okay Aber der sieht sehr speziell aus Der Groß-Eisen-Schlüssel Das hier ist ein typisches Design Irgendwie Aber der könnte vielleicht wirklich was bewirken Wer weiß das schon so genau Naja So, mal ein bisschen weiter Das wird eine Schmiede sein, ja Das sieht so Das ist hier eine Schmiede Ist hier kein Opfer, ist hier kein Hammer, ist hier gar nichts Toller Oder das soll die Schmiede sein Ich war ja in dem anderen Raum gewesen, der Nicht erwähnt wurde Weil ich die Tür nicht öffnete Also das kann es ja nicht gewesen sein Ach, keine Ahnung Ich habe schon was geschafft Toll So Öffnen Zack Eine noch weitere Tür Wie wenig überraschend Oh Mann Wie gesagt, das ist ein recht großer Großer Dungeon Und das ist nur eine von drei Und die geben Ein paar mehr AP auf jeden Fall Das ist normal Orks Das heißt Das mit dem Level Up ist Doch wieder in Reichweite Hier liegt ein kleines Handball Eines Ogres am Boden Spricht erstmal nichts dagegen Würde ich sagen Irgendwas ist hier nicht in Ordnung Vielleicht spricht Doch was Dagegen Ich weiß es nicht Nö, ich glaube noch rein War das Ah Meine Schlüssel ist jetzt für alle Türen verantwortlich vielleicht Sorgfältig in gewachstes Tuch eingeschlagen Ruht in dieser Truhe das Kriegsbanner der Orks Eine Fahne von gut vier Reich Rechtsschritt Rechts Rechtsschritt Was soll das denn sein Größe Also eine Größeangabe offenbar Aber ich kann mir noch nichts vorstellen Die mit allerlei Blutrünstigen Szenen bestickt ist Wollt ihr das bei einer zerstören? Ja Genüsslich zerreißen Die Fahne in kleine Fetzen Bababam Das weiß ich auch noch aus der Lösung Da stand Das können wir ruhig machen Habt Spaß dabei Läuft Kriegskaster der Orks In mehreren Lagerbeuteln Lagern Lederbeuteln Schmuck und Geld Oha Ja Nein Oh Jetzt bin ich also mit einem Volk Super Ja super Wie gesagt Hammer Goldschmuck Jetzt kann ich nichts mehr tragen Aber weißt du was Sowas kann ich wegschmeißen Ich bin sicher Das andere gibt mir mehr Geld Und ist dabei sehr viel besser In der Ertragbarkeit Und so weiter Wegwerfen Ja Ich werde es sowieso niemals benutzen Also was solls Ganz ehrlich Aber ich muss auch dann tatsächlich alles mitnehmen Denn ich Hab ja auch Wenn man es einfach mal so sagt Wie es ist Mehr als genug Von allem Geld Hauptsächlich Und Ja Was soll ich damit Ich bin nur geneigt Den Orks Schmuck wegzuschmeißen Dennoch das brauche ich nicht Orks Säbel Brauche ich ja auch Eigentlich nicht Aber Ich weiß wiederum Dass ich die Orks Sachen Tatsächlich benutzen könnte Denn Es gibt hier in diesem Das weiß ich auch Auf jeden Fall Tief tief noch In diesem ganzen Irgendwas Was denn ist Hier nicht in Ordnung Das ist verdächtig Aber Sagt mir nichts weiter dazu Oh hier geht es rund Ne Vorsichtig Steck dich tut mir hin ab Doch Nächste Level Da gehe ich noch nicht hin Ja wieder hoch Ist auch so Wenn es hier in der Ebene runtergehen würde Und nicht in den neuen Level Aber ist okay Jedenfalls Gibt es hier Ein quasi Gefängnis In das man noch Kommen wird Oder können Kommen können wird Und da kann man Sich einen Ork rekrutieren Der das Orkzeug Ausrüsten kann Und glaube ich auch Nur das Orkzeug Ne danke Doch nicht Und ich weiß noch Wie ich es machen will Denn Wir wissen ja Die Clown ist quasi Die AP Wenn sie mitreisen Aber per se Ist ja eine Idee Und wenn ich es machen sollte Hätte ich was Um ihn auszurüsten Generell glaube ich aber auch Ich brauche hier überhaupt nichts mehr An An Ich muss nicht mehr groß An AP denken In diesem Spiel Denn ich denke damit Bin ich im Wesentlichen durch Also könnte ich mir so ein NPC Als quasi Wandernes Inventar Extra Inventar Eher vorstellen Wo ich alles nicht Was der da Was ist denn das Ein langweiliges Zeug Ne Wie war ich dran An der Truhe Naja Und daher wäre es vielleicht Die Idee den Ork mitzunehmen Ich weiß ja nicht genau Ich glaube ich habe die Wahl Zwischen drei Helden Wobei der eine eben Der Ork ist Und Der andere So ein ganz komisches Wesen Also ich nicht Und mich dabei haben möchte Und Noch irgendein dritter Ich glaube ich war gewesen Ich bin mir nicht ganz sicher Wenn wir jemals Als Gefängnis kommen sollten Kriegen wir es ja nochmal raus Oh Der unregelmäßig Geformte Raum Wird von einigen Fackeln Schwach erleuchtet Der Boden ist mit Teppichen Und Tierfällen bedeckt Von der Decke hängen Kräuterbündel Seltsame Fetische Und verschwind Verschiedene Metallteile Einsteigergeruch Nach Kräutern Erfüllt den ganzen Raum Und Zwei Ogre Und Was ist das für einer Die kennen ja aus Teil 1 schon Oder Ork Veteran Habe ich die ja hier auch schon gehabt Ich glaube doch Das ist noch well her Ja Ich habe keinen Schaden genommen Es ist wunderbar Das war wieder 2 AP Komisch Es müssen offenbar Diese dicken Ogre Typen sein Für mehr AP Ist das hier einfach nur eine Decke Dieses kleine Kästchen aus Edelholz Ist über und über mit Kupferplättchen beschlagen Der Deckel fehlt offenbar Und somit seinen Inhalt Und offenbart somit seinen Inhalt Eine numifizierte Hand Und eine kleine Kupferscheibe Numifizierte Hand Ich bin sicher Das hatte ich irgendwo auch gelesen Aber Ob ich es brauche Wer weiß Wer weiß Aber Plötzlich durchfährt Das hat bestimmt noch eine Bewandte Mit dem Ding Da bin ich fast sicher Durin entdeckt Würde ich sagen Gebe ich doch mal Aber ich habe Das war ja immer mein Joker Immer ist gut Seit ich halt habe Den unbegrenzten Schlauch Und jetzt ist es eben soweit Ich habe keinen Inventarplatz mehr So Schätze mal die Borge jetzt auch nicht mehr Aber ich behalte sie erst mal Genauso wie diesen hier Wer weiß Ob es damit noch mehr Als diese eine Sache zu öffnen gibt Heiltrank würde ich Durin direkt geben Und einen Edelstein So Und ja Ich mache mal jetzt ein bisschen Gift drauf Weil Meine Güte Oh was ist hier los Wieso sie Nein Verdammt Aber ich habe eben nicht gesehen Dass sie so aussieht Klar Bestimmt von der komischen Mumienhand Und so weiter Aber Verdammt Ich wollte einen Halter benutzen Wo ist denn der gelandet Hier ist er Benutzen Und Wegwerfen Ja dann gucken wir mal Ob wir sie behandeln können Ich hoffe doch mal Virion Krankheiten heilen Verdammt Ich habe es geahnt Ist bestimmt verflucht jetzt Oder Oh nein Ich habe natürlich nicht gespeichert Oder so Gift Oh Toll Wie ärgerlich Der Rest bringt ja nichts Mist Verdammt Aber so schade Das gefällt mir gar nicht Was hat sich denn los Ich sehe es ja Doch vergiftet Ach siehste Da unten steht es Toll Der letzte halbe Ist noch nicht lange genug Hier Schöner Mist Aber ich gerade Heilen musste Wow Was Wow Oh Okay Es fühlt sich gerade so ein bisschen an Wie eine Art Blueprint Oder Tutorial Dungeon Hier dem Schalter Blabla Und diesem kleinen Wow Witz gerade Aber Es ist definitiv Relativ weit im Spiel Also du musst ja schon Auch schon wieder Sieht auch verdächtig aus Tür Aber es ist keine Und sagt er mir Wow Hier andauernd Oh geht ich wieder runter Okay Ich will nochmal gucken Wie es da aussieht Habe ich schonmal Zumindest einen Eindruck Ja Hey Oder auch kein Eindruck Je nachdem Aber ich will ja noch gar nicht Denn ich habe hier oben noch was Das weiß ich auf jeden Fall Wow Ja das ist Wahnsinn Irgendwas Ah da war noch Das hieß der genau Irgendwie ist der ganze Untere Bereich Der ist Eigentlich auch noch Ähm Da ist auch noch was Da weiß ich genau Ob man da hinkommt Ich habe wohl Wahrscheinlich wieder auch da Eine unsichtbare Wand Übersehen Oder es geht hiermit Dann da durch Aber ich weiß Unten links Unten rechts Da auch alles voll Noch mit irgendwelchen Dungeon Sachen Hey Hier ist Richtig gar nichts Also hier ne Dieser ganze Bereich Da muss auch noch Irgendwas sein Hier rechts Das weiß ich auf jeden Fall Das weiß ich ganz sicher Und bevor ich jetzt Nach Ewigkeiten Die Wand suche Ähm Ich guck doch mal In die Karte rein Wie es aussieht Ne wa Ich guck doch mal Ich guck doch mal